So meine Lieben, direkt im Anschluss auch noch den Guide für die beiden, Chamber heißt das, auch hier ähnlich, ein Tank, zwei Heiler, DDs auf eine Seite, ein Tank, zwei Heiler, DDs auf die andere Seite. Was ihr machen könnt, ist am Anfang auch, vor allem wenn ihr Devastation Evoker habt, äh, Destro Warlocks, die cleaven können mit Havok, die könnt ihr auch in die Mitte stellen, oder Shadows, die können in der Mitte auch noch stehen und ein bisschen beide zusammen dotten. Wir haben es nicht gemacht, weil das war noch in der allerersten Woche, wo wir den Boss getötet haben, da hatten wir alle sehr wenig Gier, aber mittlerweile kann man es auf jeden Fall machen, ansonsten spielt einfach so, wie ich euch das zeigen werde, dann ist es eigentlich ziemlich fein. Also, wichtig ist zu beachten, dass ihr mehr oder weniger zwei Bosse habt, der eine kann Schattenfähigkeiten, der andere kann Feuerfertigkeiten, am Ende schmelzen sie zusammen, können dann Schattenflammenfähigkeiten, das ist halt so die Fantasie hinter diesem Boss. Was ihr auch noch beachten müsst, ist, jeder hier kriegt halt langsam Stacks, das sind diese Kugeln auf diesem Kopf und wenn man mit einer anderen Kugel der fremden Farbe sich berührt, dann lösen die beiden sich aus, das ist etwas, was wir später erwähnen können. So, das erste, was passiert auf der Schattenseite, sind diese Kugeln, die legt man einfach an den Rand und das erste, was passiert bei der Feuerseite, ist, da kommen diese Wirbel nach vorne und Einschläge kommen, die muss man soken und einen großen Tank-Einschlag, den muss man auch soken. Guckt, dass ihr das einfach gemeinsam so gut ist, wir sehen das leider jetzt nur aus der Sicht eines Tanks, der hier beim Schattenseite steht. Was wir hier gemacht haben, ist einfach, weil wir es noch machen mussten, weil wir so wenig Gier hatten, die Explosion zu baiten und dann direkt rüber zu gaten. Auch mittlerweile mit dem Gier, was man hat, kann man da einfach auch stehen bleiben, einen kleinen Dev-CD ziehen, lass die Heiler das wegkallen, das ist gut, ist nicht mehr ganz so wild. Wichtig ist einfach nur zu achten, dass der Damage der beiden Gruppen ähnlich gleich sind, weil umso niedriger beide gleichzeitig sind, umso niedriger ist die HP des Endbosses, der reinkommt. Wenn zum Beispiel einer schon auf 50% ist und der andere noch auf 60, 70%, dann kommt der große Boss am Ende mit mehr Prozent übrig raus. Ist aber auch nicht so schlimm. Also das ist der dritte Boss, den man macht in diesem Raid, das ist alles verzeihlich. Wichtig ist natürlich, dass sobald diese Fähigkeit kommt auf der Seite von den Schatten, dass man sich da wirklich schleunigst eine Lücke sucht und einfach durchrennt, nicht zu viel laufen, man hat wirklich viel Platz. Und was ich euch empfehlen würde auch, ist, dass wenn der Tank oder ein Raid-Liter auf der roten Seite ist, immer die blaue Seite warnt, wenn dort die Tornados reingehen, damit man die Tornado so ein bisschen beachtet. So, jetzt kommt etwas, was ich euch eigentlich nicht empfehlen würde, wir haben das einfach gemacht, aber ich würde euch empfehlen einfach nur, dass ihr die Seiten tauscht. Das heißt, alle mit lila Kugeln rennen rüber und alle, die mit roten Kugeln rennen auch rüber, ohne sich zu berühren am besten. Was wir hier gemacht haben, ist einfach die Bosse zu tauschen. Das kannst du machen, das ist so bei ca. 1,18 und zwar dann, wenn er hier das zweite Mal seine Explosion aufruft und auf der roten Seite das zweite Mal der große Meteor kommt. Der Meteor wurde jetzt gerade gesorgt, das ist der Zeitpunkt, wo ihr es machen könnt, wo wir es gemacht haben. Der Meteor auf der roten Seite, die zweite große Kugel auf der Seite, das ist der Zeitpunkt, wo ihr fünf, sechs Sekunden habt, bevor irgendwas passiert, auch wenn die Bosse kurz enraged sind, passiert nichts in der Zeit. Und da könnt ihr eben rüberlaufen, die Tanks spotten ab, die Bosse sind ganz kurz empowert, ziehen rüber, yalla, fertig. Bevor jetzt irgendwas passiert, ist alles schon wieder beim Alten. So, was ihr jetzt seht, ist mehr oder weniger schon das, was in der letzten Phase passieren wird. Die Leute haben jetzt eine Liederkugel noch von vorhin und die kriegen jetzt eine Feuerkugel, deswegen sieht das so cool aus, dieser Effekt. Und mit sich selber kann sich das leider nicht aufglänzen, das heißt, man muss jetzt irgendeinen anderen Spieler berühren, um den Debuff loszuwerden. Vorsicht, wenn man den anderen Spieler berührt, macht das gut Damage, wie ihr seht. Wu und Senaria haben sich berührt und die haben jetzt beide ungefähr 50, 40% abgezogen bekommen. Also achtet darauf, dass ihr wirklich mit eurem Partner guckt, so, ist er auch low HP, aber zackt schnell ab. Der zackt ab, der zackt ab, der zackt ab. Hier sind die, die wollen nicht drinstehen, auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Die Eruption Soken, einer reicht, wenn der Tink drinsteht, nicht da außen jemand noch, schön hingedasht, sehr schön erkannt. Wunderbar. Und am besten einfach jetzt nur noch den Boss machen. Das ist die kritische Stelle, so bei circa 1,42. Geht's jetzt langsam los, zumindest wenn ihr die Taktik spielt. Jetzt kommt langsam wirklich viel Damage rein, weil alle haben frisch abgestackt, alle haben diesen Lingering Debuff drauf, der Damage Increase auch erhöht. Und dann müssen die Heiler so das erste Mal so ein bisschen anfangen zu pumpen. Ihr könnt hier Def-Cities ziehen, ihr könnt hier einen Gesundheitstrank nehmen, ihr könnt einen Heiltrank nehmen in der Phase. Die letzte Phase ist wirklich super einfach, da braucht ihr das nicht. Guckt nur, dass ihr diese Phase überlebt, bis der Debuff abgelaufen ist. In drei Sekunden sind die 15,6 runter. So, und jetzt beruhigt sich das Ganze auch wieder so ein bisschen. Hier wieder gemeinsam Soken. Ich leg hier eine MC. Wir haben 59% und 55% ist fein. Also mach das nicht auf die Millisekunde genau, wenn der Endboss halt mit 3-4% mehr rauskommt. Das ist halt halb so wild. Die letzte Phase ist echt, die kann man zu 5 spielen, okay? Die letzte Phase kannst du echt zu 5 spielen, scheißegal. Jetzt haben wir zum Beispiel schon getriggert. Die Bosses sind immun. Was man macht, man stellt verteilt. Normalerweise wollte man von Blizzard, dass man hier abstackt. Machen wir nicht. Kannst einfach verteilt stehen. Und der Debuff wird automatisch abgestackt. So, und jetzt gibt es die Möglichkeit, entweder man spielt vorne, hinten oder rechts und links. Wir spielen rechts und links. Was wir machen, wir ziehen den Boss zur Seite. Hier ist ein Gateway und da oben ist ein Gateway. Und was jetzt einfach passiert, ist immer dasselbe. Er macht Witherwing Vulnerability. Das bedeutet, dass der Tank, auf den das gecastet wird, gegenüber jeglichen Attacken 200% mehr Damage erleidet. Dieser Tank darf zwei Sachen nicht machen. Erstens, er darf nicht diesen großen Einschlag, der irgendwann in 15 Sekunden kommen wird, tanken. Und er darf nicht den Frontal tanken, der danach kommen wird. Der andere Tank steht da ein bisschen links daneben. Ja, wie ihr seht, da ist der Boss. Ich stehe hier. Der andere Tank steht hier. Das heißt, der eine geht nach da, der andere geht nach da, der Frontal. Ihr müsst nicht super weit verteilt stehen. Einfach nur wirklich fast nebeneinander. Tipp Nummer zwei an die Tanks. Ihr könnt schon während des Casts tornten. Also dieser Spieler kann jetzt schon tornten. Macht das nicht kurz vor knapp. Macht das einfach jetzt schon. Der Cast geht noch auf den ursprünglichen Tank durch. Dankeschön für das, mein lieber Narobo. Und damit er tornt. Da ist der Frontal. Nicht davor stehen. Wunderbar. Dann kommen die Einstecke. Die bitte an den Rand. So weit es geht an den Rand. Wirklich vor allem die ersten, damit man nicht den ganzen Raum zubaut damit. Die Wirbelstürme dodgen. Und jetzt kommt die Mythic-Mechanik. Die gibt es auf HC nicht. Und zwar Shadow und Flame heißt das Ding. Das ist die Mythic-Mechanik. Was ihr dafür macht, ist, während ihr diese Tornados dodgt, verteilt zu stehen. Jeder steht verteilt. Massiv verteilt. Weil da steht einer, da steht einer, da steht einer. Und ihr die stackt die ziemlich zügig. Ihr fährt sich verteilt. Jeder guckt. Und jeder sucht sich jetzt. Einer hat ein Lila, einer hat Rot. Einer hat Lila, einer hat Rot. Die haben Rot, die haben Lila. Und jeder sucht sich einfach einen und stackt ziemlich schnell ab. Während die Leute, die schon fertig sind, hier diese Flächen zocken. Vorsicht, da spawnen immer die Bälle, dass ihr die nicht trefft. Und dann kommt nochmal die Tank-Ability. Wieder taunt. Und dann dreht der Tank die am besten um. Zieht die zum Gate. Wenn ihr hier noch Zeit habt, alle zocken das und gaten dann rüber. Wenn ihr keinen Gateway habt, dann lauft einfach. So, rüberlaufen. Und das Ganze spielt ihr 5, 6 Mal, bis der Boss tot ist. Wieder verteilt stehen, nicht vergessen. Nicht vor dem Boss stehen, auch nicht vergessen. Sehr wichtig, weil da immer der Breathing kommt. Einschläge schon mal drauf ready machen. Wenn ihr Range seid und hier steht, habt ihr einen Fehler gemacht. Ihr wollt so weit wie möglich wegstehen. Damit, wenn ihr die Bomben gleich bekommt, Vorsicht. Einmal das, einmal den Frontel. Und ich töte, glaube ich, unseren Evoker hier, weil er sehr weit am Rett stand. Ist aber okay, wir haben noch einen Battle Rett. So, da haben wir nicht, ist auch nicht so schlimm. So, die Dinger wieder weit am Rand entlegen. Dadurch, dass unser Priester schon sehr weit am Rand stand, braucht er nicht so einen großen Laufweg. Einfach an den Rand laufen. Tornados dodgen, während die Mythic-Fähigkeit applied wird. Shadow and Flames, Vorsicht, guckt, dass der Rate getoppt ist und dann in Ruhe jemanden suchen. Die Tanks haben jetzt beide lila, deswegen ist das nicht so geil gerade. Da müssen wir gucken, dass natürlich jetzt einer von den Feuern zu den Tanks läuft. Habt ihr auch Zeit, ist jetzt nicht so wild. Und wichtig ist auch hier wieder Zack und wieder Soaken gemeinsam vorne. Da ist ein bisschen viel Chaos. Zieht einfach der FCDs. Ich gehe da nicht rein, weil ich halt diese Vulnerability habe. Wie gesagt, der Tank, der diesen D-Map hat mit der Empfänglichkeit, der darf da nicht rein. Kann da rein mit der FCDs, aber muss da nicht. Und dann wieder rüber laufen. Einfach in der Zeit kommen wieder Damage rein. Und dasselbe nochmal. Da spielt es echt, auch wenn ein Heiler tot ist. Das sieht zwar knapp aus, aber das könnt ihr spielen, wie ihr wollt. Dasselbe Prinzip nochmal. Kreise kommen. Mit den Kreisen raus. Tornados kommen. Mit den Tornados gucken, dass ihr euch verteilt steht und nicht die Tornados abfangt. Dann wieder die Mythic-Mechanik. Ganz kurz gucken, wo stehen die Leute. Ganz kurz auf seinen eigenen Kreis gucken auf den Kopf. Zack, das ist jetzt rot. Er ist lila. Wir laufen zusammen. Wunderbar. Rot-Lila laufen zusammen. Rot-Lila. Wunderbar. Alle fertig. Alles hochheilen. Dinger zocken. Nicht vergessen. Kreise. Bälle kommen raus. Nicht vergessen. Nicht vom Tank stehen, weil der Frontschild danach kommt. Und nicht vergessen jetzt zum Tank laufen, um den Kreis abzufangen. Und wieder rüber. Das ist immer dasselbe. Ohne andere Overlaps. Es ist immer dieselbe Reihenfolge. Und das kann man, wenn man will, keine Ahnung, fünf Jahre lang spielen. Guckt euch den Garten einfach nochmal von vorne an zur Not. Ansonsten habt ihr den dritten Boss des Dungeons auch schon tot. Ziemlich einfach. Auf jeden Fall. Viel Erfolg.